Zahlreiche Anlagen und Bauten Zahlreiche Anlagen und Bauten Nachdem mit diesen Salven auch die letzten Anwohner aus dem Schlaf geschossen wurden, rückten die Truppenteile in den Kasernenhof ein. Zahlreiche Anlagen und Bauten Zahlreiche Anlagen und Bauten Zahlreiche Anlagen und Bauten Zahlreiche Anlagen und Bauten Der ist zu den Sachsen gegangen. Nachdem er hier viel gebaut hatte, im brandenburgischen Gebiet am Rhein, ist er auf Stiften gegangen und das wollte man nicht. Wir müssen repräsentieren. Wir sind ja die Veranstalter, wir haben eingeladen hierzu und uns ist wichtig Kontakte zu bekommen, Kontakte zu knüpfen, denn es soll, so auch die Finanzen hier stimmen, weitere Festungstage geben. Das ist ja bei allen unseren Festen heute, vor allen Dingen die, die sich neu etablieren, wichtig, dass sie kostendeckend arbeiten. Gewinnen ist nicht zu erwarten, aber wir gehen davon aus, dass das gut klappt. Auch die Otto-von-Gericke-Gesellschaft war wieder mit einigen Experimenten vertreten. Lothar Overhoi erläuterte die Funktionsweise des von Gericke erdachten Vakuumgewehres. So, jetzt hast du die Schüssel. Kannst du füllen. Gut. Nur als Dichtung. Mhm. Ja. Also, dass das nicht runterfällt. So, du kannst. Kann ich. So, jetzt wird das Rohr evakuiert, also luftleer gezogen und wenn das Rohr jetzt luftleer ist, werden wir hier hinten abziehen. Gehen Sie mal rechts, gehen Sie mal ein bisschen weg. Und der äußere Luftdruck, der uns umgibt, will hier den Ausgleich haben und wird jetzt hier hinein strömen und das Geschoss vehement nach vorne bewegen. Fertig. Lass. Wigbert, du hier bei den Festungstagen, was interessiert dich hier besonders? Also, erstens, die Festung ist ein wichtiger Bestandteil Magdeburgs, auch vor allem in der Festungsgeschichte Magdeburgs. Insofern denke ich, finde ich das unheimlich spannend, hier mal so ein Stückchen Geschichte mit wahrzunehmen. Und ich finde das eben faszinierend, dass hier Leute da sind, die ja ehrenamtlich wirklich diese Vermarktung Magdeburgs an der Stelle auch vorantreiben. Und wenn wir was haben zu werben, dann ist es das. Und es sind ja nicht nur Magdeburger, wir haben gerade gesehen aus Braunschweig und aus Hannover und überall kommen sie auch mit her. Eben, das ist ja das Ziel. Wir wollen touristisch werben für diese Stadt und die Touristin Magdeburg hat Stellen. Ich habe früher mal gesagt, Magdeburg ist die Stadt der Liebe auf den zweiten Blick. Man muss also mal hinter die Kulissen gucken, auch mal in diese Festung reingehen zu sehen, wie viel Historie diese Stadt hat. Und was da wirklich noch erhalten ist, da haben wir ja Alleinstellungsmerkmale in der ganzen Region. Insofern ist das doch das beste Möglichkeit, wirklich nach Hannover, nach Braunschweig hin, da die Fühler auszuschrecken. Und selbst Berlin hat Ähnliches teilweise nicht zu bieten. Insofern haben wir ja ein Riesenpotenzial und das wird hier wunderbar angeboten heute, präsentiert bei traumhaftem Wetter. Absolut. Warst du bei den anderen Festungstagen, die anderen Jahre auch schon da? Siehst du so ein bisschen Entwicklung? Hier ist ja permanent Angebote im Rahmen von Festungstagen, im Rahmen von Pfingstfest, Stadtfest und Ähnlichem. Und das sind die Schichten, wo man immer wieder gerne hingeht und wo sich immer wieder neue Ideen entwickeln, immer wieder neue Angebote entwickeln. Also das ist eine tolle Sache. Das hat sich etabliert und ich gehe davon aus, dass bei dem schönen Wetter, ich hoffe, es ist zu schön, auch noch im Laufe des Wochenendes wesentlich mehr Magdeburger und Gäste aufschlagen werden hier. Denn die Freibäder haben seit diesem Wochenende auch auf. Die sind aber noch sehr kalt. 13, 14 Grad Wassertemperatur. Hier hat man es wärmer, hier friert man nicht. Also ich kann nur dafür wärmen, hierher zu kommen. Feuer! Das ließen sich die Magdeburger offenbar nicht zweimal sagen. Insgesamt zählten die Festungsfreunde gut 1000 zahlende Besucher am Wochenende. Es kann also davon ausgegangen werden, dass auch im nächsten Jahr wieder Festungstage stattfinden werden. Das zweite Mai-Wochenende kann man sich also schon mal im Kalender vormerken. Und auch das nächste Spektakel in der Kasernemark wirft schon seine Schatten voraus, wie dieses Plakat beweist. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.